Das Oktoberfest ist mit mehr als 6 Millionen Besucher das größte Volkfest der Welt. Seit 1800 sind wir das Oktoberfest gefeiert. Die Geschichte begann mit der Hochzeit des bayerischen Koning Ludwig und Prinzessin Therse. Inzwischen gibt es das Oktoberfest in vielen anderen Städten auf der ganzen Welt, sogar in der Grundschule Jelkowicz. Willkommen zum Oktoberfest Jelkowicz! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020